Jetzt ist es neu her. Ich hoffe, ich habe heute drei Ausländer in meiner Fahrer-Dingsbums-Dorf. Oh Gott, da steht schon, da steht schon, Ostern-Karren-Mann, in der Nähe. Hallo Herr Galli. Oh, oh, ich hatte es gerade von Ihnen. Das sind eigentlich super Fahrer. Hallo. Servus. Und? Heute Fahrstunde, ja? Ja, wie geht es Ihnen? Ja, gut. Und Ihnen? Ja, mir geht es scheiße, aber Sie wissen ja, Fahrschule, die Leute fahren einfach scheiße heutzutage. Gerade die Brau. Na ja, auf jeden Fall. Ich zeige Ihnen jetzt mal. Äh, ich wollte ja, wie ich es Ihnen letztes Mal gesagt habe, die Motorhauer. Machen Sie es mal auf. Okay. Halt, stopp. Was machen Sie denn da? Sie müssen erst mal da hin? Da hin müssen sie. Da hin. Jetzt geht es. Und da unten ist der Ding. Der Hebel. Wo unten? Ach, komm, ich mache es selber, ey. Kein Bock mehr, bitte Scheiße hier. So, jetzt mach es auf. Mach es auf, ja. Da geht es noch. Mein Auto macht es noch kaputt. Moment. Ah, Kindgott, es geht weg. Komm, ich kann mir das nicht mehr angucken. Ich mache das Ding jetzt allein hin. So, mach dann das Kindgott. So. So, jetzt zeige ich Ihnen mal, dass die abgeht. Hier, äh, irgendein Behälter, keine Ahnung was es ist. Da kommt 1,7 Zitrone rein, da kommt 1,7 Zitrone rein. Und hier, äh, 1,4 heißt, äh, 14 Umdrengungen pro Minute. Okay. Ähm, hier ist Ölwechsel. Sie brauchen eigentlich bei dem Auto kein Öl zu wechseln. Ähm, weil das ist unendlich. Ich habe, da ist immer Öl drin, ist gar kein Problem. Gehen Sie mal bitte weg, das regt mich auf. Haben Sie alles? Ja. Alles zugehört? Okay. Das reicht. Ich brauche schon ganz dafür zu lachen. Wir sind hier mit einer Fahrschule, da wird nicht gelacht. So, steigt er rein. Schlüssel gibt es aber nicht. Ah, stopp, warte, bevor wir da rein gehen, will ich dir noch hinterher was zeigen. Äh, die Magicbox, die hat, die muss in deinem Auto haben. So, das ist die Magicbox. Ähm, hier kann man alles einstellen, wie laut, wie leise. Ähm, das gibt extra mehr PS sogar. Deswegen Magicbox, das war's. Steigen wir nie. Okay. Steigen wir nie. So, und jetzt? So, jetzt nimm mal den Schlüssel. Nimm mal den Schlüssel. Ja. Okay. Ähm, warte mal, ich mach mal ein bisschen Musik, ne? Also das darf nicht fehlen bei uns. Bei meiner Fahrschule. Oh Gott, was ist da los? So, jetzt. Äh, können. So, jetzt erzähl mal, was ist, was das da vorne ist. Wie macht man, äh, Licht an? Äh, Licht? Ja. Willst du mich jetzt total verarscht? Ja, aber. Das ist Fahnenblinker. Do, mach das weg jetzt. Jetzt reicht's mir aber. Do, macht man das Licht an. Zweimal nach rechts her. Ah, zweimal. Ja, jetzt wieder aus. Mach's wieder aus, mach's wieder aus. Okay. Stromverschwendung, Herrgott. So, ich sag dir jetzt mal hier das Innere von dem Teil. Sehen Sie das? Ja. Ja, drück's mal auf Kupplung, ganz links. Ja. Und jetzt sehen Sie das, wie das sich da bewegt. Das, das muss geschmeidig bleiben. Dann wieder zurück, sehen Sie das? Ja. Ja, so, jetzt mach's das mal selber. Aber heute fahrt es auf jeden Fall kein Auto. Das ist, ich hab heute schon genug erlebt, du. Ja, und jetzt, zweiter Gang. Ich hab gesagt, zweiter Gang und dann drückte, Mann. Unser Auto wär schon längst kaputt. Super. Mann, 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 Kinder, was ist das? Machen wir daheim, Facebook, ey. Das hockt einfach so auf dem Facebook. Du, du rauchst schon hier. Mann, die Kippe aus! Ich will sowas hier nicht sehen, so eine Scheiße. Verdammt nochmal, Kind Gottes, ey. Okay, okay, hallo. Kein Bock mehr hier, ey. Strenk dich mal an. Mann, Mann, Mann. Deine Mann zahlt extra für die Scheiße hier. Du machst sowas. Das zahlt immer noch mal. Das ist mir auch scheißegal, da zahlt es halt die. Aber ich will ja sowas nicht, ich kann sowas nicht dulden. Was ist das? Ja, also das gehört nicht dazu. Das ist einfach noch so. Assessorance. Sie wissen schon, was ich meine. Das gehört ja viel dazu. Ja, auf jeden Fall. Was ist das? Äh, da haben sie mir gesagt, dass wenn man fährt und in die Kurve geht, dass man das hochziehen soll. Du, warst schon in der falschen Fahrschule oder was? Durch die Handbremse. Ja, wenn man das runter macht, da rollt das Auto. Ja, und warum rollt das Auto jetzt nicht? Weil es nicht rollt. Aber wenn es rollen soll, dann rollt es auch. Ach, sie wissen schon, was ich meine. Okay. Ja, auf jeden Fall. Die Stunde reicht für heute. Okay. Das war, das ging eigentlich noch so, ne? Aber, das wäre schon mal gut heute, gell? Ja, gut von schlecht. Eins von zehn, die vier. Auf jeden Fall, Leute, das war. Das war's von Hatte. Ciao, Brüder. Macht's gut. Haut rein. Ciao, Brüder. Ciao, Brüder.